herzlich willkommen zurück zu einer weiteren vertreten vertreten live mit dabei 85 wieder servus haben wir schon ein bisschen vorgearbeitet wir haben die festplatten von der query hier rein getan und ihr seht der koppel wird automatisch weniger und dafür die öfenzahl steigt wie verrückt wie das ganze geht haben wir euch ja schon gezeigt mit einer automatischen crafting bench du was ich zeig's nochmal darunter reinkommen da unten in der baumform ist ein auto drafting table das rezept rein im ebus oben drauf die in der kiste in der mitte und dann war der koppel automatisch da rein und dann automatisch auch raus gesaugt dann geht es sehr weh und dann haben wir öfen da geht es auch mit allen anderen rezepten auch da die query ist verdicht heißt das ist schon wieder eine katze so viele katzen ja ja überall katzen ja das katzen sind rum mir cool ich gucke mal kurz noch mal in das neue dorf wo wir ja letztes mal den eisengolem nicht und alles das dummendorf hast du nie gesehen mit offen das dorf der dumm ich kann mir aber gut vorstellen dass da nichts war weil der trank mich geladen ist weil wir hätten den chancel oder dahin gepackter wo man noch eine gute nachricht sind noch dorf trottel da aber scheinbar da ja in dem bau steht noch noch keiner mehr noch ein hier wird das haus angefangen hat mit blauer wolle und ich habe einfach keine erde mehr deswegen wird dann kuck ich in das andere dorf dann oder tessereg ab mal die zeit Haha Na ich glaub schon wir mit 30 fps Sonst glaub ich auch Wollen wir mal gucken wie es oben aussieht Wir haben ja umgebaut Ups Ich bin gegen die Glascher gelaufen Mensch, das sieht aus wie eine Bibliothek hier Kannst du mal gucken ob da so ein Priester ist Der so ein Ding hat da drauf Lang nicht mehr da Also Wer hätte es gucken können Hätte Habe aber nicht War dunkel Ja Es war dunkel So At Rom Ähm Haha Mamma mia Warum dauert das so lange zum hochladen Ich habe keine Idee Keine Idee Ich auch nicht Wollen wir kurz schlafen Ja klar Was lädst du denn hoch? Hm? Ich ne Tatei Ich ne Tatei Ichst du schon? Äh nein ich bin noch am Ich ne Tatei Ich ne Tatei Was du heute kannst du auch verschieben Ich ne Tatei Ja Ja Keine Ahnung Das ist so viel Ich ne Tatei Ich ne Tatei Ich ne Tatei Ich ne Tatei Fünfzigtausend Öfen Hm Hm Arbeitet ihr immer noch mit dran? Ja Schießpult Das heißt Wir können dieses Gerät schon wieder abbauen Den Query Ja Auf die Schnauzen So jetzt wollen wir mal gucken Es ist dunkel Ich muss echt den Bildschirm nicht sehen Nein Nein Was denn? Was denn? Der Lava Behälter ist grad nach unten gefällig Ja wohl ne Ich würde sagen Dass wir sie ein bisschen nach Norden verschieben würden Green? Äh Nach Norden Also nördlich der Karte Boah Super Fall Der teilt alle nun doch Hast du? Hast du? Hast du? Ja Habe ich Der Rest kann ich mal abbauen? Ja Jaja Die Busse Oh Die Kratzerhande ist echt Ein bisschen zu Tor hier manchmal Warum? Zerkohle gehen jetzt die Generatoren nicht weg? Die Generatoren? Äh Mussten mehrmals anklicken Ja ganz ruhig Wart dann Habe ich sie wieder künstlich? Nein Einer der externen Busse sind runter gefallen Einer der externen Busse sind runter gefallen Einer der externen Busse sind runter gefallen Ja dann hebe mal auf Warte Warte Machen wir kurz an Schnell noch zwei Herzen Noch eine Luftblase Und ich habe Schaden bekommen Oh nein Was? Eisse Kabel Alles hält runter Ja ja Warum müssen wir die immer auch über Wasserflation Ja ja Vorher war besser Da hatten wir noch ein bisschen Land in der Nähe Ja Ach Ich brauche die jetzt damit Dann geht der Bus runter Ja ja Nee Ich weiß ja nicht Okay Ich habe einen Hast du den anderen? Ja MME Kabel Ja ich habe eins Hast du die beiden Chips wieder mitgenommen? Ich habe einen Wapp Soll ich nicht einfach hier unten bleiben? Das ist doch manchmal echt kompliziert Achso Willst du es echt abbauen hier? Dann bauen wir doch wieder Okay Ich würde hier hin bauen Wohin? Hier Guck mal Ja genau hier In die Richtung Ah es hat Dann bau Die Plattform Er ist jetzt selten ja auch mal Peschplatten habe ich ja Gut Gut Das war alles an der Erde Was ich hatte Lang da war nicht Ja warte mal kurz Ja auch keine mehr Ich habe hier 23 Grad geholt Okay So und jetzt werde ich erstmal diese Die Insel entplanten Ähm Ja Und Das wäre es denn heute schon wieder Okay Leute das war es wieder Bis zum nächsten Mal Und Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal Oh 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 Oh